Ein wunderschönen herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, Play und Studio TV oder Benjamin, Max und Studio TV. Ja, wir gehen mal kurz in die Einstellung und spielen heute mal Wahrheit oder Pflicht. So, kinderfreundlich soll es natürlich auch sein. So, ich gebe schnell mal meinen Namen ein und ich spiele das natürlich nicht alleine, sondern zu Gast ist auch Annette, Max. Herzlich willkommen. Wie schon gesagt, wir spielen Wahrheit und Pflicht. Annette spielt auch mit. Ich würde mal sagen, dass wir mit dem Spiel anfangen. So, ähm, Classic oder Party? Party. Party. Drücke sie stark, um zu bedienen. Viel Spaß. Danke, Ass. Nächster Spieler, Annette. Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Erzähl uns eine betrunkene Geschichte von dir. Ich weiß nicht, das ist schon länger her, da, äh, ich weiß nicht, wenn noch alles dabei war. Ich glaube, irgendwie vielleicht Brüder von mir und ein Cousin von mir und mir ist irgendwie auch davon ein bisschen schlecht geworden. Ich weiß nicht, kann sein, dass es wieder noch irgendwie draußen, äh, der Spazieren war und mir da vielleicht schlecht geworden sein könnte oder so. Genau, kann ich mich nicht mehr erinnern. Okay, das reicht schon und damit würde ich sagen, gehen wir zum nächsten Spieler. Und das bin ich. Und ich nehme auf meine Wahrheit. Zu einer guten Küste. Ähm, keine Ahnung. Da muss ich nicht wirklich sagen, habe ich keine Ahnung. Damit gehen wir zum nächsten Frage an, Annette. Wahrheit oder Pflicht? Ich nehme nochmal Wahrheit. Ich habe Angst vor der Pflicht, weil ich was da für eine Aufgabe ist. Annette nimmt Wahrheit. Wenn du nicht, äh, wenn du dich umbenennen müsstest, welchen Namen würdest du wählen? Gibt es also etwas zur Aufgabe? Nein. Schade. Du darfst einfach irgend nachdem, was dir im Sinn kommt. Oder wie du gerne heißen möchtest. Das ist ja Wahrheit. Also, ich habe mir noch nie wieder weiter Gedanken gemacht. Also, ähm, eigentlich finde ich meinen Namen ganz gut. Also, es gab eine Zeit lang, da fand ich meinen Vornamen nicht so gut. Aber inzwischen finde ich meinen Namen gut. Und da habe ich gar keine Ahnung, wie ich anders heißen würde. Keine Ahnung, da habe ich noch weitere zu sagen. Okay, ich sage dann einfach damit, gehen wir weiter. So, und das nächste, das bin ich. Okay, und ich tue mal fliege. Den raus, halte die erste Person auf, die du siehst, und sage, ich liebe, ich hasse dich. Warum bin ich froh darin? Ähm, ja, dann komme ich gleich wieder. Dich nicht. Hau ab. Ja. Diese Person hat mich äh, tierisch, äh, nicht toll anbeschaut. Ja. Ich bin nicht gelungen, man schockiert. Aber damit gehen wir mal weiter. Zuliefte Frage. Anmonte. Wahrheit oder Pflicht? Ich nehme noch mal Wahrheit. Denn, auf sowas habe ich ja gar keine Worte. Was ist... Außerdem wäre das auch schwierig. Das Telefon kann ich ja gar nicht wenden. Tja. Was ist das Erste, was du tun würdest, wenn du das andere Geschlecht für einen Tag wärst? Wenn ich ein Mann wär? Ja. Was das Erste wär, was ich tun würde? Ja. Was das Erste wär? Was das Erste? Ab sofort, wenn ich jetzt sofort, oder nachdem ich aufgewacht bin? Nachdem du aufgewacht bist. Wahrscheinlich würde ich zur Toilette gehen. Also, das finde ich fast naheliegend. So nach dem Schlafen. Ansonsten finde ich das jetzt nicht so besonders wichtig, ähm... Nächster Spieler bin ich natürlich Benni. So, und ich nehme mal wieder wachlich. Schläfst du immer noch mit einem Teddybärchen? Ähm... Muss ich das beantworten? Nee, ähm... Ähm, ich sag wirklich, ähm... Ja... Ähm... Ja, als Kopfkäfen, äh, hab ich ein Teddybärchen, wo, ähm... Ja, weil mein, ja, Kopfkäfen ist nicht so angenehm, und darum hab ich dann manchmal noch ein Teddybärchen da oben, oder an meinem Kopf, und dann kann ich auch sehr gut schlafen. Ähm... Ja. Oh ja, okay. Und damit sag ich auch mal, gehen wir weiter. Mhm. Annette, Wahrheit oder Pflicht? Ich bleibe bei Wahrheit. Obwohl mich ja auch interessieren würde, was Pflicht sein könnte. Äh... Ups. Ich bin... Ups, da wollte ich hier nicht... Ich bin, die Hörerin, auf, äh, Pflichte kommen. Oh. Wie? Öffne... Ich muss es mal vorlesen. Öffne den Kühlschrank und hole drei zufällige Flüssigkeiten raus. Mach ein Korte aus ihnen und probier ihn. So viel Flüssigkeit hab ich da nicht drin. Ich bin zwei verschiedene. Darum... Sahne schmecken. Diese Frage jetzt mal weg, und wir gehen sofort weiter zum nächsten. Ähm... 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 Ja, dann würde ich echt der Annette lieben. Aber, ja, die Frage macht ja gerade überhaupt keinen Sinn. Damit gehen wir weiter. Okay. Anette... Ja. Wahrheit oder Pflicht? Ja. Was nehmen Sie? Ich nehme Wahrheit. Oh. Welche körperliche oder erdmotionale Eigenschaft an dir kannst du am wenigsten leiden? Dass ich am wenigsten leiden? Dass ich am wenigsten leiden kann. Dass ich am wenigsten leiden kann. Zumal... Das ist ja auch vielleicht manchmal sehr unterschiedlich. Ja. Okay. Wir machen beide noch zwei Fragen und damit gehen wir weiter zu der nächsten. Ja. Ja. Wir kommen zu der nächsten Frage. Ähm... Zu mir. Anette ist mal kurz zur Toilette der Damen. Und ich nehme ihr mal Wahrheit. Und... Darf es ein Lehrer, den du heiß gefunden hast? Wenn, wen und warum? Äh... Nein. Ich darf keinen. Oder? Nee. Ja. Damit einfach mal Nein. Ähm... Wenn wir die Frage machen... Ja. Nein. Und warum würde ich einfach dann gehen wir zu der nächsten... Nächsten Frage. Und... Ja. Ab hier noch jeder zwei Fragen. Nach einer ewigen Zeit ist Annette auch mal wieder da. Und wie sie... Ich sag mal... Oh. Meine Frage. Ähm... Wen war... War dein... Äh... War dein Highs? Ja. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Ähm... Ja. Ich frag dich... Einfach jetzt mal... Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. 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 Oh. Dein Lieblings-Cartoon... Als du klein warst. Mein Lieblings-Cartoon. Von mir? Ähm... Ich weiß nicht, ob ihr Cartoon kennt. Cartoon sind... Ja, so... Ähm... So... Comics. Oder Cartoon können auch... Ähm... Game... Ähm... Computerspiele sein. Wie zum Beispiel... Äh... Simulator... Cartoon... Oder... Sowas. Ja. Annette? Wir müssen... Wir müssen... Einmal irgendwie... Katos einfallen. Wir müssen... Einmal irgendwie... Die... Nein. Nein. Weiß... Nochmal. Der rosa... Rose Panther. Ja. So... Für mich auch noch... Eine... Noch zwei Fragen... So... Die darf ich mal weiter... Ja... So... Und... Ich nehm jetzt mal eine Zufallfrage... Die vorige... Wahrheit... Oder... Pflicht... War mein Cartoon... Ähm... Ich hatte... Eigentlich nie... Irgendein... Cartoon... Ach... Ne... Doch... Äh... Von... Nordrhein... TV Play... Den... Kofik... Teil... Den finde ich... Sehr schön... Aufgebaut... Ja... Damit... Würde ich auch sagen... Dienen wir... Zu der... Letz... Runde... Annette... Du bist dran... Wahrheit... Oder... Pflicht... Oder... Zufall... Ausfrage... Ach... Von mir aus mal... Zufall... Frage... Okay... Uh... Nun... Zufall... Pflicht... Schrei... Ich liebe Banane... Während... Du... Eine... Banane... Ja... Naja... Ich tu mal so... Ich esse... Ich liebe Bananen... Zufall... Okay... Ja... Ups... Sorry... Für den... Kleinen... Werbe... Ach... Gott... So... Und ich nehme... Mal... Wahrheit... Wahrheit... Was war... Dein Vorsatz... Für... Neues Jahr... Wie läuft... Ich damit... Mein... Vorsatz... Einmal... Für den Kanal... 50... Abo... Zu bekommen... Ähm... Dann... Weiter... Aktiv... Zu bleiben... Weiter... Ähm... Ja... Viel... Anders... Zu haben... Und... Ja... Mich einfach... Weiterzubilden... Das waren... Meine Vorsätze... Oder... Vorsätze... Für... Dieses Jahr... Ähm... Ich bin damit... Noch zufrieden... Ich weiß nicht... Wie es dann in... Fünf... Monaten... Aufsieht... Aber... Ich glaub mal... Da wird es vielleicht... Noch besser... Aufsehen... Und damit... Sag ich auch... Wiedersehen... Von... Wahrheit... Und... Pflicht... Von... Annette... Und... Benjamin... Bis bald... Hier auf... Mein Kanal... Wir sagen... Beidemal... Tschüß... Tschüß... Bye... Bye... Und... Jetzt kommt ihr noch... Zu der... Endcard... 1... 3... Es wird angene quietly ver meant...